Hallo, ja, hier ist der liebes Krieger mal wieder mit einer neuen Folge aus der Let's Play-Reihe für Tommy. Und wie ihr wisst, beim letzten Mal bin ich ja unsäglicherweise gestorben. Sprich, ich habe das Zeitliche gesegnet. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Peinlich, peinlich, peinlich. Oh, hier kann ich jetzt mittlerweile öffnen. Achso, hier komme ich jetzt auf die Schnellweise raus. Ah, gut zu wissen. Dann komme ich beim Zimmerchen raus. Ja, wie gesagt, beim letzten Mal bin ich ja leider unsäglicherweise gestorben. Und spiel jetzt mit einer neuen Figur den Titel weiter. Äh, stopp, da hätte ich gar nicht hingehen müssen. Ich, Depp. Dann soll ich mal hier hingucken. Ja, nee, wie gesagt, und jetzt geht es endlich weiter. Ich habe mich selber ausgenockt, indem ich hier nicht drauf geachtet habe. Ach nee, er wollte mir die Kiste zeigen, ne? Das wollte ich jetzt wissen. Darin kannst du Waffen, Munition und Vorräte aufbewahren. Draußen kannst du nicht alles mit dir rumschleppen, aber ein gut gefülltes Schlager hält dir alle Möglichkeiten offen. Also, immer rein damit. Mhm. Ach so, warte mal. So geht das ja bestimmt. Rucksack. Oh, ich habe alles meine Sachen verloren. Ei, 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 ei. Ich habe ja auch nichts mehr. Jetzt muss ich im Prinzip meine Leiche finden, ne? Oder wie war das? Boah. Fasche, gerade rechtzeitig. Da rückt eine Horde an. Achte auf das Radar. Total identifiziert noch. So. So, auf geht's. Jetzt gibt es was auf die Fresse, Leute. Jeder hat gemacht. Na, brauchst du ein? Gehörnst du? Ne, hier. Ja, genau so ist das. Komm, 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 komm. Ich bin gerade auf Aggro-Style hier. Genau. Immer rauf auf die Brühe. Ah, da kommst du. Ah, hier, komm, hier, hier. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Nicht, dass da noch viel Verstand wäre, aber wir haben Jagdinstinkte wie Tiere. Und als solche sollte man sie behandeln. Nicht als Nachbarn, Frauen oder Verbande. Munition, Munition, Munition. Diese Tod und das, was ihre Gesichter trägt, ist nicht menschlich. Endlich. Was haben wir denn je gefunden? Explosivladung, eine Mine? Wow. Achso. Ich habe eine Mine gefunden, das ist ja mal hammergeil. Wo liegt denn hier noch einer rum? Der eine Mine gehabt? Komm her, hier. Die fette Schweine, du. Entschuldige, ausdrücksweise. Ist aber so. Was haben wir hier? Energy Drink. Okay. Genau, plündern. Und was ist der Nächste hier? Da ist er. Komm her, komm. Putt, 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 putt. Mami, ich hab was für dich. Okay. Immer feste Wicht hier. Ist denn noch was? Nö, ne? Gut gemacht, aber es sind schon ein paar durch. Du musst sie erledigen. Plündern. Wo war sie denn? Da, Mase. Komm rüber, hier, komm. Komm. Komm, komm zu Papi. Komm, komm, kommt zu Papi. Komm, komm, kommt zu Papi. genau so erst mal wieder hier verblümmern alles schließen ich glaube wir sollten mal ein auge auf den buckingham palace werfen vielleicht kommst du sogar rein während die mit den infizierten beschäftigt sonst hast du alle sonst hast du alle an der waffel war so war mal jemand ich habe mal deren durchlein hat er muss man weniger fressen so erste anweisung wir sollen schlafen gehen machen wir ich habe nicht verdient hat er gesagt ja dann schlafe ich doch endlich mal eine runde los komm hier machen wir boobu träumen hoffentlich von irgendetwas was uns nicht den schlaf raubt ja dann nicht da liegt so wo müssen wir hin du musst rein in den buckingham palace nur so kommen wir an bessere waffen und vorräte selbst wenn es von testbeulen sind also ja stimmt die habe ich ja beide schon nicht passieren mag ja wir kommen jetzt am besten da lang machen wir wieder zu was nicht so ich bin ja schon wieder zu mal alles Oh, hier nicht irgendwo die Brassur. Hier liegen die immer. Die Magen. Auch gut zu wissen. Garitalentwürden. Genau, kleine Dinger. So, öffnen. So. Kika, was haben wir alles jetzt? Ich habe mich doch gar nicht verhört, ne? Da hat ja schon wieder einer hier um Schläge gebettelt. Höf, ich bin da. So, wir huschen jetzt nach draußen, Leute. Sprech in die Feuerliche. Oh Gott, oh Gott. Wo ist er jetzt? Oh. Kommt zu Papi, komm zu Papi. Hä? Da. Ich mach dich auch gleich. Komm her, komm. Ja, stimmt, da war ja noch was mit Plündern. Ich will auch nochmal schnell greifen hier. Da hast du mal hier. Sind die hier oben oder was? Wir müssen hier lang. Wir müssen hier lang, Leute. Oh, du, 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 du. Ich wollte nicht. Und dann folgen wir mal diesen Weg. Okay, da soll ich jetzt lang? Das heißt... Alles wäre anders gekommen, hätte man auf John Dee gehört. Aber als er sah, was uns bevorsteht, war Elisabeth bereits tot. Und Jakob I. hatte nichts übrig für Propheten und Alchemisten. Er war so von schwarzer Magie besessen, dass er ein Buch über Dämonologie schrieb und Hexenjäger durchs Land schickte, um Hexen und Zauberer zu verbrennen. Die musste sich verstecken. Ach, diese Narren. So, wir laufen jetzt mal eh lang. Und zwar luster. Hey. Ich würde ja gerne Glattern machen, aber das. Cool gemacht. Das muss man lassen. Na was? Nee, da haben wir gerade nichts. Da geht's raus, da geht's raus, da geht's raus, da geht's raus. So, Leute. Bevor ich jetzt hier mal weitermache und mein Leben wahrscheinlich elendig den Chaos mache, ist hier mal wieder in dem Gelände. Sprich, diese Folge ist vorbei. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und mir dabei zuseht, wie ich versuche, nicht zu sterben und die Infizierten, sprich die Zombies hier so ein bisschen die Rübel wegzupusten oder egal was, wie, überhaupt, scheißegal, Hauptsache doof und ich lebe. Von daher, danke wie immer, danke fürs Einschalten. Und alles andere, Kommentare, Likes oder sogar ein Abo, wie immer, ihr wisst, wie ihr das machen könnt. Von daher, danke und bis denne. Ciao, ciao, adios. Ciao, ciao.